6 Uhr, Morgenstund hat Gold im Mund. Heute ist der 3. Mai und wir sind auf dem Weg von Karlskroner, hoffentlich durch den Kalmersund bis Kalmar. Es sind fast 50 Seemallen. Am Horizont von Karlskroner, eine Stena-Line-Fähre. Es ist mehr Spiegel, glatt, kein Wind. Und da kommt wieder eine Schere. Und da kommt wieder eine Schere. Heute ist der 4. Mai. Wir sind in Burg Quara, immer noch im Kalmersund. Und heute ist nicht wirklich ein Wetter, um rauszufahren. Es weht und es regnet. Und da kommt wieder die Schere. Und da kommt wieder ein Wetter. Und da kommt wieder ein Wetter. Und da kommt wieder ein Wetter. Vielen Dank.